So, machen wir kurz eine Wundenschau, damit euch auch gerade fast nicht entziehen. Einmal, eins, zwei, drei, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, einer da, einer da, ja. Wenn der Schiedsrichter meinen Treffer nicht sieht, dann finden Sie hinterher. Wo sehen Sieger aus? So, wir hoffen, euch hat es gefallen.